Elberradweg, Magdeburg, Cuxhaven, der Elberradweg beginnt im tschechischen Riesengebirge und führt dann durch Sachsen und Sachsen-Anhalt. Diese flussaufwärts gelegenen Abschnitte werden in Elberradweg, Tschechien, und Elberradweg, Sächsische Schweiz, Magdeburg, besprochen. Ab Magdeburg ist die Elbe schon ein recht stattlicher Fluss. Sie fließt durch eine weite Niederungslandschaft mit noch vielen Auen, Altwässern und Zümpfen. Hier fühlt sich der Storch noch wohl. Ab Hamburg ändert sich dann schlagartig das Bild des Flusses. Auf dem Strom verkehren nun große Ozeanriesen. Die Gezeiten der Nordsee machen sich hier schon bemerkbar. In Cuxhaven an der berühmten Kugelbarke endet die Radreise entlang der Elbe. Wer möchte kann die Reise mit einem Schiffsausflug nach Helgoland oder auch Neuwerk abschließen. Streckenprofillänge, 460 Kilometer Ausschilderung, vorhanden. Detailliertes Wissen von vor Ort liegt nicht vor Steigungen, zu über 90% Ebene Route. Nur an den Hochufern der Elbe im Wendland und im Bereich Lauenburg, Hamburg gibt es einige Hügel. Wegzustand, stark wechselnde Wegequalität je nach Region. Verkehrsbelastung, kaum geeignetes Fahrrad, am besten Tourenrad mit Profilreifen und Gangschaltung, wichtig wegen des Windes. Familieneignung, Inline-Eignung, durchgängig nein. Windtipp, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Wind aus west-nordwestlicher Richtung weht. Daher bietet es sich von der Hauptwindrichtung her an Strom aufwärts zu fahren, sofern man nicht kurzfristig flexibel auf die Wetterlage reagieren kann. Mit dem Fahrrad Elberradweg, Sächsische Schweiz, Magdeburg. Magdeburg, Tangermünde, etwa 60 bis 65 Kilometer Magdeburg 35 Kilometer Rogetz 9 Kilometer Kiener 23 Kilometer Tangermünde 15 Kilometer Tangermünde, Wittenberge, etwa 70 Kilometer Arneburg 30 Kilometer Verben, Elbe 9 Kilometer Havelberg 32 Kilometer Wittenberge, Hitzacker, etwa 75 bis 80 Kilometer Wittenberge 25 Kilometer Schnackenburg bis Gartow, 12 Kilometer Gartow. Gorleben, linkselbisch, der als eventuell zukünftiges Atommüllendlager bekannte Erkundungsschacht Gorleben kann auch besichtigt werden, weitere Info. Wer einmal was anders als die Elbe und Deichradwege sehen möchte, für den Lohn zur Heide blühte zwischen Mitte August und Mitte September ein Abstecher zur Niemitzer Heide, etwa 6 Kilometer südlich bei Trebel gelegen. Weitere Info Bild, Eisenbahnbrücke-Dömitz.jpg-Pipe-Symbol-Sump-Pipe-Symbol-300-BX-Pipe-Symbol-Ruine der Eisenbahnbrücke Dömitz Die Brücke wurde zwischen 1870 und 1873 für die Wendlandbahn errichtet, ehemalig Strecke Wittenberge, Lüneburg. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Bauwerk am 20. April 1945 zerstört. Aufgrund der innerdeutschen Grenze erfolgte nach dem Krieg kein Wiederaufbau. Lenzen, Elbe 22 Kilometer Der, rechtselbische, Radweg verläuft weitgehend auf oder hinter dem Elbedeich mit wechselnden Belegen, meist Feinschotter oder auch Betonplatten. Kurz vor Dömitz muss für etwa 2 Kilometer auf Landstraße ohne Radweg gewechselt werden. Dömitz 20 Kilometer Hitzacker, nettes Etappenstädtchen mit Fachwerk als Stadt Bei Hitzacker kann man mit einer kleinen Fahrradpersonenfahrer den Strom queren. Hitzacker, Lauenburg Etwa 60 bis 65 Kilometer Auf dieser Etappe gibt es ein Fachwerkstädtchen am Morgen und Abend. Die Strecke ist etwa 60 bis 65 Kilometer lang. Hitzacker, historische, von Wasser umgebene Fachwerk als Stadt Etwa 18 Kilometer links elbisch, wer es zur Abwechslung mal hügelig mag, kann mit der Rad- und Personenfähre nach Hitzacker übersetzen. Die Kreisstraße nach Neudeichost wenig bis maximal mäßig befahren. Auf der Route mit viel Wald gibt es zwei Aussichtstürmer mit Blick auf die Elbe. Abdreht im Zweig der Elberadweg in den Wald abseits des Stroms ab. Hier gibt es schlechtere zum Teil auch sandige Wegabschnitte. Eine konkrete, rechttückische Gefahrenstelle ist dadurch an einer nicht ganz ungefährlichen Abfahrt in Fahrtrichtung Hitzacker bei 53.19902 Gradzeichen N, 10.93973 Gradzeichen W zu finden. Unten in der Senke liegt und andere ein Schlagloch mit Sandkulle. Also hier langsamer Bergabfahren, obwohl es nur eine Hügelabfahrt ist, Stand 03 bis 2011. Mit Nutzung der Kreisstraße ab Dachau bzw. Dretem kann dieser und auch die anderen schlechten Wegabschnitte in diesem Routenbereich umgangen werden. Hier bietet es sich also an, den Schlenker der offiziellen Strecke abzukürzen und weiter die Kreisstraße zu nutzen. Bei starkem Gegenwind ist man hier durch den Wald zum Teil auch etwas geschützter unterwegs, als in der offenen Elbtalau rechts des Stroms. Etwa 18 Kilometer rechts elbisch, wer komplett abseits des Straßenverkehrs fahren möchte bleibt auf der rechten Flussseite in der Elbataalau. Der Weg führt hier fast vollständig über gut ausgebaute Deichverteidigungswege. Oft ist die Strecke landseitig am Deich aber eintönig, da man keinen Flussblick hat. Bei Rückenwind kann man hier dafür aber richtig Strecke machen. Neu-Dachau, links elbisch, und Dachau, Amt-Neuhaus, rechts elbisch, Kfz-Fahrer über die Elbe. Dachau wurden 1993 Niedersachsen zugeschlagen. In diesem Bereich gibt es nur wenige Fahrradwerkstätten und nur eine Tankstelle in Neuhaus selbst. 15 Kilometer Blekede, Schloss 18 Kilometer Beutzenburg 10 Kilometer Lauenburg, Hamburg, etwa 60 Kilometer Lauenburg gegenüber der Einmündung des Elbe-Seitenkanals in die Elbe 18 Kilometer Gestacht 16 Kilometer Zollenspieker hobte 12 Kilometer Ochsenwerder 14 Kilometer Elbe-Nordseite, Hamburg, Brunsböthel-Hamburg 7 Kilometer Finkenwerder, Elbe-Südseite, 12 Kilometer Wedelschulau 36 Kilometer Glückstadt 40 Kilometer Abkürzung mit Rückaufähre nach Kronsnast möglich Bruckdorf 15 Kilometer Brunsböthel-Anschluss an die Nord-Ostsee-Kanal-Route Am Nord-Ostsee-Kanal entlang nach Kiel Elbe-Südseite, Hamburg, altes Land Stade, etwa 40 bis 50 Kilometer Das alte Land ist das größte geschlossene Obstanbaugebiet Europas Finkenwerder 29 Kilometer Lühr 14 Kilometer Stade, Cuxhaven, etwa 80 Kilometer Auch hier fahren wir durch das alte Land, das vor fast 1000 Jahren von daher gereisten Holländern Urba gemacht wurde Stade 16 Kilometer Drochtersen 24 Kilometer Freiburg 26 Kilometer Freiburg 26 Kilometer durch die Gemeinde Ballier und über das Ostischperrwerk, im Sommer 10 bis 18 Uhr befahrbar, sonst Umweg notwendig Bellum, anschließend entlang der verkehrsreichen B73 bis zum Hadelner Kanal Otterndorf 15 Kilometer, schöner Radweg zwischen Kanal und Deich Später geht's dann doch mal über den Deich und man kann ein paar Schafe kennenlernen Cuxhaven, 2012 wurde die Streckenführung zwischen Cuxhaven-Alpenbruch und dem Hafengebiet von Cuxhaven geändert Die neue Route wird überwiegend abseits des Verkehrs geführt, verläuft auf einem Teilstück jedoch an bzw. auf Hafenstraßen mit wochentags teilweise hohem LKW-Aufkommen Man passiert zahlreiche Restaurants mit deutschen und internationalen Angeboten Die letzten zwei Kilometer vor dem Ende verlaufen am Strand Die Kugelbarke, die das Ende der Elbe markiert, kann nur zu Fuß erreicht werden Der letzte Meter Asphalt hat das Logo aufgemalt Ausflüge Elben Nordseite, Nordseeküstenradweg, Schleswig-Holstein, Elbe-Südseite, Nordseeküstenradweg, Niedersachsen, Weserradweg Hinweis, wenn du dich auf der Route auskennst erstelle für die Etappen eine ausführliche Streckenbeschreibung mit Eine Anleitung dazu findest du hier GPS, Datenroutenprofil mit GPS-Daten und Google-SKMZ-Datei im Radreise-Wiki Literatur und Kartenhinweise Elbe-Radweg, Handbuch Informatives Handbuch mit Kartenausschnitten und Übernachtungsmöglichkeiten Das Handbuch kann kostenlos bestellt werden und steht zum Download Kompaktspirale Elbe-Radweg 1 zu 50.000, Abschnitt Magdeburg, Cuxhaven, Siehe Bielefelder Verlag Bei Kleinführer Elbe-Radweg Band 1 1 zu 75.000, SBN, 978 38500 636 1, Siehe Verlag Esterbauer Der Führer beschreibt die Route von Prag bis Magdeburg Der Oberlauf ab dem Riesengebirge ist nicht enthalten Der Oberlauf ab dem Riesengebirge ist nicht enthalten Aber der Oberlauf ab dem Riesengebirge ist nicht enthalten